Sieht? Ja, also verstecken! Vielleicht hab ich das auch falsch geschrieben, keine Ahnung, Digga! Und ähm, ja... Und wir spielen das jetzt gleich! Ahaha! Ohaha! Hu-ha! Nimm das! Ghosted, ja moin! Ghosted! Und! Noch ein Ghosted! Hey! Da war Kappa! Ja, Mann! Ja, Mann! Na, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ey, das... Das Spiel ist ja auch One-Shotted! Ich hab dich gleich one-Shotted! Ey, Jungs, ich hau ab! Ich seh! Agniskase, Alza... Was ist denn alles Kasse? Komm! Komme!!! Halt den Sieg! Komm, halt den Sieg! Gleich... No! mein scharfschützengewehr muss nachladen vielleicht werde ich sofort gekickt weil es leckt ich kenne das ich kenne das wird auch schon recht oft gekickt ich kenne das ist auch ich weiß er das wird doch nicht relativ wichtig du sagst du erst du machst doch nicht auf 5 und auf einmal kommt mir dann so wir gehen ins auto wir gehen ins autoland bitte Leute lasst mir ein like da wenn ich wenn ich mal los in real life sehe und wenn ich mich mal schlagen soll wenn ihr sechs wenn ihr jetzt drei likes auf dieses video schafft alter dann dann seid ihr die krassesten und dann gebe ich denen eine nacktgeschelle ok ich hab eh guck mal ich hab auf ein ich hatte mal richtig lang 19 abonnenten und guck mal digga und jetzt auf einmal habe ich jetzt 26 hä ich hab gesagt 19 aber aufgegangen in der Luft ich bin da jetzt wieder ich schlag da jetzt wieder wo ich jetzt noch ich muss aufhören ich muss aufhören lass mal 6 like lass mal 6 ähm wenn dieses video 6 likes kriegt dann dann mach ich ne richtig geile challenge ne richtig geile ne richtig geile ne richtig geile überraschung das wird ne überraschung äh ich weiß schon du bist nein du bist renter gefallen ey lass mich mal den 3 an können bitte ah oh ey ich hab dich doch auch fast gerügt komm lass halt den zieg lass halt den zieg lass halt lass hier der andere sekt halt den zieg wenn du dich doch nicht war hat dem gewissen was ist jetzt los ich geh zu halten sieg ich auch ok ich hab dann nicht nütz ja digga ich hab den titel reingeschrieben wir machen halt den zieg alter so ne ist halt so ja digga ich kann den titel verschrieben äh 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 ich hab dir gemacht und du kannst nichts alleine machen bei der Map also von daher wer 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 ich mein der ja ich hab so eigentlich ne ich hab so eigentlich sein du kannst kein Kling komm jetzt warum ich will gar nicht in den zieg ja ok dann spiel halt nicht dann spiel mal alleine vorher willst du immer im halten sieg und einfach so ne ich hab so ne ich hab so ne lotte diesen Limoten ich weiß ich kann aber doch ich kann kein tiefmote verlassen guck mal die k低 und den sieht der guck richtig irrenlos ja okay dann lasst du spielen ja oder das war ein einzig spielen ja alles richtig irrenlos er kommt wieder du suchst du bitte ja ich suche aber es macht zu zweit gar keinen spaß damit macht das spaß und zu zweit macht das sind spaß verderber irgendwie ich habe uns gemacht so schnell versteckt oh mein gott also ist es halt so nur spielen ist also besser ja dann suchen wir einen neuen behalte sie können ja ich guck nicht du kannst du meinen stream reinschauen soll ich ihm jetzt voll sparen ok es werden immer voll richtig mit einladung ich habe nicht in meiner liste ich habe keine sprachnachricht ab jetzt sagt er was die duo er hat gesagt kommt party shit nein nein ja ok aber dann sagt ja ok sagt ok er hat gewacht äh ich kann äh hier äh äh heißt das nochmal äh komm lass du spielen und ähm wieder spielt doch ähnlich mit dir hä spürst du jetzt mit ihm du nein ähm sag mal kurz ich hab gesagt ähm du willst du kannst ähm guck mal ich hab gesagt du willst mit ihm du spielen digga er spielt gleich mit mir du sei ruhig hab ich gesagt ist doch so äh äh guck mal ähm gib mal ich bin nicht im haus ich bin nicht im haus bist du hier irgendwo ich bin nicht im haus 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 wo man getränke holen kann das sage ich nur das gibt's dir keinen tipp weil das ist eigentlich siehst du meine lackierung nee oder komm raus komm raus nee heute hat nur ne mach raus ich bin nicht im haus den haus nicht im haus ich bin im haus weiter guck mal ich mag dich ja richtig ne weißt du das richtig allerdings aber ja ich höre ich sie gab es habe ich weiß nicht du warst du hast versteckt ich bin irgendwo bei der brücke irgendwo bei der brücke okay irgendwo bei der brücke wo man so rüber gehen kann so jetzt gibt es keine guten tipps mehr weil das war es jetzt wieder komplett von mir ich glaube ich kann es machen ja noch ein bisschen der von mir ich glaube du warst ganz über oder so unter mir oder keine ahnung aha Ich hab mich gerade gesehen Oh mein Gott Ich hab dich gerade gesehen Ahahahahahhaha Ich hab mich gerade gesehen Ich hab mich gerade gesehen Ich will see you Oh ja Oh mein Gott Ich sehe dich ich sehe dich kannst du sein kannst du bist du kannst du hast du ja hab mir ausgetanzt noch mal ich hatte ich hab so gesehen du bist gerade so nah vor mir vorbeigelaufen ich hab dich genau in die augen gerade geguckt genau in die augen ich hab mir vor mir mein gott noch mal hat er das ist einfach du oder team spielen ich sag einfach nie hier kann man doch irgendwo sein du bist hier selbst zu wem zu mir zu mir ich sehe ich die ganze zeit hier so und du gehst hier wieder zu sehen ich bin da drunter ich bin da drunter ich bin da drunter hier so um die ecke hab ich doch da geguckt nee guck warte mal komm mal zu mir komm mal zu mir guck mal du kannst so da hab ich nicht so gesehen dann hast du so dann hast du so aber komm zu mir und guck da bist du wieder weg gegangen die kannst du mich können hier kannst du mich können oh da weglaufen diesmal ja da ohhhh dega du hast mich das hab ich aber nicht gesehen das war geil ja dega das war echt geil aber du suchst die jetzt ne ich hab ja ich hab gedacht ne du findest mich eh ne easy peasy ne du findest mich einfach nicht ich gehe runter du kannst kommen ich bin ich bin ich im haus ich kann draußen sehen nein ich bin nicht im haus nicht im haus okay was bringt die ford mit ihr nix nein hast du bist du schon mal weit weg da weiß ich jetzt versteckt das wo ich mich versteckt hat in der nähe so von mir so aber ich mache die ganze remote so eine nähe vom haus ja ich habe gerade eine kurze sprachnachricht geschickt ja was hat er gesagt er wird ja er sagt einfach kurs einfach durchspiel das zusammenspiel ich hab kein bock mit die das also so ok ich bin da ich schreibe den grubbler du hast mein grubbler bisschen ja warte mal ich schicke 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 er rei hat gerade gesagt etwa ein kleiner ՞ habe ich das ist das ich schon gut ne Hier warst du... Du warst da! Ja, hier war ich. Als ob... Ey! Ohne davon habe ich gesagt, ja. Ja. Warte, warte mal. So. Ich hab... Ich hab nix zu... Er hat gesagt, digga digga, digga, mika oder so. Diggga, mika, digga? Ja, so in der Art so. Okay. 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 Okay, warte mal. Wo ist das? 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 Nicht gucken, ja? Ich guck nicht. Ich guck mich nur hoch. Ach so, ja. Okay. Wir haben auch wohl auf Playstation freut, oder? Was? Wir haben uns auch auf Playstation freut, ne? Mh, nein. Doch. Als Ghost DMX. Okay, bin versteckt. Doch als Ghost DMX. Also auf dieser Karte habe ich dich. Mal wirklich? Ja. Hör mal! Ich wusste gar nicht, dass es hier so einen Platz gibt. Hä? Ich bin bereit, ne kurz, komm. Ich bin richtig eng versteckt. Ich bin eigentlich so ne Nähe... Äh... Ich bin fast... Äh... Wo du dich grad versteckt hast. Fast! Äh... Genau gleich! Fast! Wo hab ich mich denn versteckt? Das war hier? Wo du dich grad versteckt hast. Ich hab noch mal äh... 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 Ich hab noch mal äh... 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 Ich seh dich! Äh... 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 Bist du denn? Ich seh dich! Ey, nein! Komm raus da! Als ob du mich gefunden hast! Als ob du mich gefunden hast! Als ob du mich gefunden hast! Okay, er verlässt mal... Verlass mal seine Party! Kurz! Ich will... Ich will mal kurz bei ihm in die Party reingehen! Ich will ihm mal kurz sagen, was... Okay! Hast du verlassen? Ich geh kurz rein! Ehrenlos! Warum ehrenlos? Ja, du sagst, er will... Du sagst, ähm... Lass einfach du spielen zu, ähm... Zu ihm, Alter! Und... Ähm... Ohne mich... Weil du... Weil du hast mich geärgert! Ja, du hast mich auch geärgert, Alter! Ich spiel einfach nicht mehr mit dir! Äh... Entweder... Entweder du spielst mit mir halt den Sieg und er mit dem Mirian... Oder... Dann halt einfach nicht! Nee, was für halt den Sieg! Ich spür kein... Warum immer halt den Sieg, du immer mit deinem halt den Sieg? Lass uns einfach vertragen! Du mal... Du mal mit deinem Ehren los, Alter! Du sagst es doch auch! Lass uns einfach wieder vertragen! Nee! Na, start selbst! Das ist Pech! Warum kommst du dann in die Party rein? Ja, weil ich einfach nur sagen wollte, Digga! Dass du irrenlos bist, dass du einfach nur Dings... Dass du einfach nur mit ihm spielst! Ja! Weil er hasst! Ich spiel jetzt mit Benni ohne euch! Ich spiel mit, Digga! Ja, okay! Entschuldigung! Da vertragen wir uns aber, okay? Ja, aber... Aber guck mal, Digga! Das ist einfach so ehrenlos gewesen, dass ich... Dass du einfach mit ihm Dings spielen willst! Ja, ihr, weil du mich geärgert hast! Äh, ja! Ich hab jetzt auch irgendwie gar keinen Bock mehr auf den Milen! Und er verlässt einfach die Party! Ja, ich hab ihm das gesagt, dass er die Party verlassen soll, damit ich mit dir reden kann! Sonst kann ich ja nicht in der Party reinkommen! Er verlässt die Party einfach nicht, dass er nicht mehr reinkommen kann! Ja, warte mal! Ich spiel schon! Ich bin versteckt! Du kannst kommen, Digga! Wenn du mich findest... Bist du echt richtig gut versteckt? Richtig gut! Ja, richtig nah am Haus bin ich! Ich seh' dich! Ich seh' dich! I can... Du seh' mich! See you! Also, du seh' mich! Jetzt nicht! Nein! Ich hab' dich grad' gesehen! Ich habe... Jetzt? Ähm, nein! Ja, hast du mich ja gesehen! Mit Tennisplatz! Also, du bist am Haus drin! Ich seh' dich! Also, bist du am Haus drin? Richtig nah am Haus bin ich! Richtig nah! Hä? 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 Wie du süß bist! Ich seh' dich! Ich seh' dich! Gib mal kurz den Grab da! Gib mal kurz! Gib mal kurz den Grab da! Gib mal kurz! Ja, Digga! Und ich war einfach hier! Maximal, Digga! Gib mal kurz! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Was du machst, Digga! Ich mach jetzt mal wie du! Guck! Gib mal kurz noch das Jagdgewehr! Hä? Wo ist das? Okay! So! Guck mal! Ich war hier! Dann war's so! So! Guck mal! Ich seh' einfach dein Jagdgewehr! Ne? Und danach! Guck mal! Hä? Dann war's! Hahaha! Warte, 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 warte! Warte, warte! Ich komm gleich! Nein! Das ist... Nein! Ich bin wieder da! Komm! Äh... Komm mal raus! Nimm! Hallo! Nimm jetzt die Waffen! Milat! 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 Ich bin da! Ich bin da! Boah! Milat, jetzt komm! Warum bewege ich mich so komisch? Ja, okay, warte mal kurz! Hallo! Hallo! Ja, spielst du grad mit Benni? Ähm... Benni? Benni ist noch im Launcher! Ich bin zu Solo? Ja! 20 Leute neben noch! Okay! Okay! Ich spiel's jetzt! Ich spiel's jetzt! Hi! Ja, hi! Äh... Ich versteck mich nicht! Ich hab schon die Truhe geöffnet! Ja, alles gut! Okay! Ähm... Na! Kann ich kommen? Ja, kannst du! Okay! Ah, nee! Okay! Ja, okay, wenn du schon unten bist! Okay, kannst du kommen! Ja, kannst du! Okay! Ich hatte grad Steps gehört! Lalalala! Bist du im Haus drin? Ja! Was war? Was? Bitte! Schlipp dich nicht schnell! Mama, bitte! Das geht nicht schnell! Danke! Äh, hab ich wieder da! Mh... Welche Etage? Äh... Er muss halt nur zwei, äh, Digger hochgehen! Zwei Treppen! Bist du draußen auf der Terrasse? Nein! Ich bin im hinteren Haus! Bist du da? Wie kann man überhaupt da kommen? Was? Hinter diesen Schrank! Welchen Schrank? Warte mal... Ich hab Steps gehört! Ja, okay! Ich habe Steps! Ich habe Steps. Ich habe Steps! Ich habe Steps! Ich habe Steps! Ja! Jaa, ich habe Steps! Ich auch! Wie? Ich seh nix. Da rein hab ich kurz ein Sprachnachricht geschickt. Komm lass mal bei dir beitreten, oder? Komm lass mal bei dir beitreten, oder? was gleich 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 wo bist du gar nichts ich bin im haus ja auch richtig lauf das netz richtig laut Spaß ist weniger weniger I can't see you I can't see you Wirklich? Kennst du mich sehen? Hast du Steps? Hast du Steps? Meiner hat mir eine Sprachlachricht geschickt Warte Was kann er denn sein? Ja! Ja, Hi! Hallo, Milat? Ja, Hallo! Okay, lass ähm... Ich lass dich die ganze Zeit ein, du kommst nicht rein Ich glaube, wir halt den Sieg spielen Ja, okay, aber... Na, okay, lass halt den Sieg spielen Und wir machen noch drei... Wir machen noch drei Runden, okay? Warum das jetzt einfach... Warum lädst du mich nicht in die Gruppe ein? Da können wir halt den Sieg spielen Er hat die Gruppe auf privat gemacht Warte mal Mach mal die Gruppe auf öffentlich Er will rein, wir halt den Sieg spielen Oh, ehrlich? Mit uns? Mit uns? Mach die Gruppe auf öffentlich Offenlich Offenlich Ey! Hast du... Ja! Ja! Mitgewupftet? Ja, hab ich Ja, warte! Kein Spielschaden, warte! Wir haben die Gruppe auf öffentlich Kann rein, okay? Komm rein Komm rein Go aus den Mitteln zu haben Spiel beitreten Ja, Spiel beitreten So Ey, ich kann auf dir auf YouTube zugucken, ne? Machst du aber nicht, oder? Ich weiß Doch, das kann ich Ich weiß Ich weiß Ich weiß Aber das sieht dich dann schlecht nur Ja, das dauert erstmal Dann kannst du gut sehen Ich seh das, ich seh das Guck mal, du spitzackst grad die Wand Ja, das ist ähm bisschen verzögert Ich seh das Du leckst Hallo? Her-Bist du drin? Ryan? Hallo, Ryan? Ryan? Er drin? Ja Ja Ja? Ja? Hörgauts? Ja, er ist Spielschade reingegangen Ja, er ist Spielschade reingegangen Ja, er ist Spielschade reingegangen Raiyan! Hä, warum bist der Raiyan? Sein Internet hat geleckt. Hier. Raiyan, wenn du suchen willst, dann... Geh hier. Hä? Was? Nein. Wie lats? Ja? Sagst du, äh... Ich, äh... Sag, Raiyan, äh... Ich, äh... Muss Hausaufgaben machen, ja? Wenn er spricht. Aber ich versteh mich kurz. Ich hab mich richtig gut versteckt. Möchte ich auch was? Ich, äh... Ich, äh... Ich, äh... Ich, äh... Ich, äh... Warte, er hat mir ne Sprache ruhig geschickt. Das ist, das ist nicht gut, warte. Ich, äh... Ich, äh... Ich, äh... Hallo. Warte mal. hallo ryan du komm gruppenkanal du spielkanal hallo ja komm gruppenkanal du gehst auf options und dann steht da und dann steht die einstellung aber dann gehst du links da steht ja dein name und mein name ja dann gehst du auf gruppenkanal aber geht nicht weil ich bin in einer gruppe ich bin bei emilien drin in der gruppe aber ich nicht ich hab kann ich ja nicht gruppenkanal kommt ja weil du denkst er macht hausaufgaben ja dann lass einfach auf spielkanal bleiben ok ja warte mal ich hab ein ich hab noch kein versteck in welcher season gab es greifer season 5 war der gut oder man hat ja immer nur 10 schuss ja da war gut ja aber blabla war besser ist ein greifer aber auch egal ihr habt unendlich schutz schuss nein das ist das ist halt nur kreativ so das kann man einstellen ist das gleiche aber wenn greifer auch unendlich schuss hätte dann wäre der besser weil der macht auch stelle mit manchmal der macht 20 greifer doch hau 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 PA ja hau compute hau schau hau Kohlen hau hao hau 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 mein wecker ich muss ausmachen was hast du gesagt ich hab nix und wollte ganz gut ich glaube ich muss nicht ausmachen ich muss ausmachen gleich muss ich ausmachen so gleich so bist du versteckt ja komm ich bin nicht versteckt aber gar kommen einfach ich finde ich hab schon gefunden spaß ich sehe schritte ich komme da bist du nicht bist du da wo du lieben ist ich mach mal dieses ding dass du gestern gemacht hast das ist so geil ja aber heilen zieht dort ja lange und ich muss gleich ausmachen nicht unbedingt ich hab überhaupt keinen plan wo du bist guck mal ich bin irgendwo beim meer wo 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 du dich mit benni versteckt hast da irgendwo bin ich also da im meer wo wir uns versteckt haben ich guck mal da bin ich in der nähe oder ich glaube ich weiß wo du bist da bin ich noch mal dieses Versteck, ich habe vergessen, dass immer bist du? Ähm, wie ist hier gerade hier? Ah, du bist Easy Crash. Ich weiß, wo du bist, du kannst doch mal zu meinem Stream, oder? Ja. Da wo diese, ich bin grad halt im Zing, da wo diese M-Rutsche ist, da bin ich. Oder wo du nicht, da wo du nicht. Habt ihr Lust, eins gegen eins zu spielen? Ja, gleich. Weil ich habe eine Map, die sehr geil ist. Okay. Also die selbst gemacht habe, alleine. Okay. Geil. Andersen habe ich auch eine Boxfightmap, die euch mit einem Kollegen nicht zusammen gemacht. Die können wir auch spielen, wie wir wollen, ihr wollt. Oh mein Gott, ich bin bei der Rutsche. Ich weiß, wo du bist. Da warst du schon mal nicht, hast du mich grad eben gesehen? Ich seh' dich. Also ich seh' dich. Ich seh' den Super gerade. Weil ich grad bei ihm bin. Der sich grad versteckt. Ah. Junge. 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 Ich verscheißt. Was ist das? Ja. Da ist er ja. Wie dauert das? Guck mal, Digga. Das ist voll das gute Versteck. Ich weiß. Ähm. Du hast ja richtig Sinnzeug. Du hast mir grad in die Augen geguckt. Genau. Du bist schade. Ja, das stinkt genau. Ja, das stinkt genau. Ja, das macht Spaß. Geh' mal wieder dahin. Geh' mal wieder hin, wie der Zug zu da hin ist, obwohl die Münze ist. Geh' mal wieder hin, wo diese Münze, wo diese Rutsche da ist. Ja. Geh' mal dahin. Da auf diese Münze. Auf diese Münze. Auf dieses Ding hier. Auf das Eis. Geh' mal wieder hin. Geh' mal wieder weg. Geh' nö. Du bist sch. Ach, ha, ha, nach! uh, er würde dich trotzdem noch suchen müssen. Darf ich ihn nicht geben? Ja. Ich bin irgendwo beim Wasser da. Genau. Er ist in der Nähe vom Wasser. Soll er in dem Wasser. Nehe oder keinem Wasser? Ich wollte mich gerade eben mitglitschen. Toilettenpapier! Warte, ich mach das Toilettenpapier nochmal warten. Och ne, oder? Ich muss erst mal rutschen, das macht Spaß. Toilettenpapier. Echt, was? Nicht, wo du bist. Bist du irgendwo hier vielleicht? Ich guck mal hier. Hast du dir Verbänder gegönnt? Naja, das macht doch, das interessiert dich doch nicht. Du kannst mich so, dass du kennst. Was ist da blöd? Er ist du blind. Er ist du blind. Ich bin die Polizei. Ich war hier. Und du guck mal, du warst da oben, Digga. Und ich hab dir jetzt in Toilettenpapier geschmissen, Alter. Und du gehst hier die ganze Zeit weiter und so? Ich wollte hier gerade die Screen schicken, Digga. Nein, nein! Ja! Du darfst nicht gehen! Hast du Bock, ähm, auf halt den Sieg bisschen? Gleich? Echt? Ja. Wollen wir mal 1,2,1 dann gleich machen? Ja, ich geh schon ins Zentrum. Du gehst zu ins Zentrum. Aber, ähm, ich bin, äh, du musst wissen, ich bin diesen Elfspieler. Ich bin nicht so gut. Egal, ich bin manchmal, ich bin manchmal echt lust. Diese Crash, ich kenn dich, ähm, von YouTube. Also, du hast mir mal bei Dings zugeguckt, bei, ähm, du hast mir mal bei YouTube zugeguckt, Apokalyptokunde. Ah, mhm. Da hab ich dich, ähm, Ich schneide dich aus. Ich schneide dich aus. Bist du 13? Nein, ich bin, ich bin 15. Oh, geil, die Spiele... Wie ich dich gerade ewig gesehen habe, du kleiner. Ich war, guck mal, ich war, guck mal, das Wasser war so hoch, man, man hat nur meine Haare gesehen. Ich wollte dir gerade so ein Screen schicken. Mit reinkommen. Ah, ich komm. Das Ding ist jetzt nur Joke, ich mach grad selber ins Stream und... Oh mein Gott, das sieht zu geil aus, diese Map. Ja. Hä? Oh, mich zurück. Hä? Und das war alles grad irgendwo. Ich erklär euch alles. Folgt mir einfach mal. Also einfach hier in den Nachhaufen. Ich erklär euch alles, wie die Map ausgebrochen ist. Ich hab, ich hab, ich hab dafür zwei Stunden gebraucht. Wow. Ja. Was ist das? Oh, du bist so gut. Ich komm, alles mit. Bei den Einstellungen. Ganz brutal. Ein Einstellungen kann man sich ein Partikel ausmachen, weil, 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 weil leckte es nicht so am... Und, ähm, dort ist. Die Gegenstandsvorlage kann man auch ausmachen. Äh, äh, gib, gib, gib mal weiter dorthin, der zurück, hier wo du zurücksteht. Hä? Hör auf, nichts nehmen. Hör auf, nichts nehmen. Du hast wieder. Hör dich schießen. Du hast noch eine Kanone. Nein, ich hab nix mehr. Warte, schau, schau einfach mal auf die Gegenstandsvorlage rauf. Ja. Und jetzt sind sie weg. Ja. Hä? Aber ich hab immer noch der Raketenmeer. Hä? Äh. Gib, gib du ihn mal bitte. Und ich kann, ich kann nicht schießen. Also... Ja, weil ich sie unten ausgemacht hab. Hier unten kann man nicht schießen. Gib mir mal bitte ein Reketmeer. Ja. Ich kann aber nicht schlagen. Ey, lass es. Mhm. Was ist denn bei Musik, frage ich mich eigentlich. Hör das nicht mit Hintergrund. Im Hintergrund, es gab Musik an. Nein. Nein. Da hab die Musik-Einstellung ausgemacht. 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 Und dann auch Ton. Ach so, ja. Und dann stück Musik. Ich hab 50% an. Ich hab, ich mach jetzt auch 50. Pfeilautomat an. Lass es mal bitte, nur nicht einstellen dort. Oh, Digga. Mach das aus. Ja, ich hast die Musik. Das ist aus. Jetzt ist es wieder an. Jetzt ist es aus. Äh, Bouncer ist einfach so, so zum Bouncer, wo man rausspringen kann. Ja, ja. Das hier, wenn man, wenn man das Spiel beenden will, einfach auf ausmachen und dann kann man dann dort reinlaufen und dann ist das Spiel zu Ende. Also dann kann man jetzt alles aus. Warte mal. Sollen wir jetzt einfach schon mal gestart machen? Mann! Das hat sich schon gestartet. Äh, hier kommen wir nochmal bei den Einstellungen. Ich komm einfach in die Einstellungen. Ich komm einfach in die Einstellungen. Ich komm einfach in die Einstellungen. Hä, ich? Hier? Hier könnt ihr bei Schießübungen mal aufgehen. Einfach aufschlafen drücken. Oha, geil! Hier könnt ihr einfach so schießen und dann einfach so, wenn ihr wieder zurück wollt. Schlagen! Mann, Digga, hau! Ich schlack dich, Alter! Komm her! Ich lasere dich mit meiner Pickaxe. Ich geh zurück. Warte mal, komm mal, komm mal. Warte mal. Warte mal. Ja? Und hier gibt es auch noch so eine Bauübung. Geil! Das ist ja auch so wie Boxen-PVP eigentlich. Ey, ich kann kein 90s. Ich muss 90s üben. Und es gibt aber auch in dieser Nack-Zeit-Schaden. Junge! Und deswegen sind aber hart. Und deswegen sind am meisten. Oh, ich werd' gedamaged. Gedamaged! Ja, moin! Das ist mir echt Mühe dafür gegeben. Ja. Dann gibt's einen Fall. Können wir jetzt einfach Falle machen? Äh, ja. Ich mach nur kurz alles so an. Partikel machen wir aus. Ding stand vorne an. Hä? Kann ich schlagen? Pech. Und kein Auto macht wieder auslassen. Komm, geh ihr euch bitte mal. So, und jetzt geh' ich mir Waffen holen. Ey, hallo, nicht mehr Durkid! Kein Explosor. Kein Explosivwaffen. Wo kommst du, wenn ich fragen darf? Ich kenn... Es gibt hier viele Waffen, die ich nicht mal jetzt kenne. Weil ich bin's diesen Elf-Spieler. Ich will die ausprobieren. Ein Explosivwaffen. Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Geht dann deine Map kaputt? Äh, warte mal kurz kurz. Äh, nein, sie geht nicht kaputt. Äh, es egal. Ich kann halt nicht schießen. Mann, das ist doof. Ey, unten kannst du nicht schießen, aber oben kannst du nicht schießen. Ach so, Bro, stimmt. Äh, wo? Wo ist denn oben? Oben. Äh, dann kann man, wo ist oben. Oben ist, äh, das Gegenteil von unten. Bro, wusste ich ja noch gar nicht. Wirklich? Ich kann noch... Oh ja, endlich. Wo kannst du nicht schießen? Äh, ich peh jetzt mal mit... Aber, dieses... Dieses Ding nervt ruhig dich. Äh, endlich ist das weg. Also... Also gegen wen spiele ich jetzt? Ähm, gegen den Wonderscan, also gegen... Alle gegen alle. Hast du Schild? Ähm, nein, hab ich nicht. Nimm dir kurz das Schild. Sie kann man hochgehen? Aber es ist ja bei den Treppen. Ich hätte auch so gerne so eine Map gemacht. Warum darf man ohne... Warum ohne Explosivwaffen? Warum? Nein, gibt mir das bitte wieder. Warum? Nicht genommen. Warum ohne Explosivwaffen? Ich will den Grund wissen. Weil es im Spiel ein bisschen schwieriger dann ist. Jaja, aber das macht Bock. Ey, kannst du mir wieder wegbekommen, weil ich spiele es erstmal gegen ihn. Ja, also, geh. Woher kennst du das nicht? Ich kenn... Ey, ja. So, ich nehme Schleifische. Eins in eins. Bau... Äh, fett mit. Okay. Los. Ja, drei. 2, 1. Hä? 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 Was machen? Wer hat das gemacht? Hä, wer baut das? Hä? 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 Hallo, ich bin ein Zuschauer! Hahaha. Ich hab aus Versehen einen Treffer gebaut. Hä? Was... Hä? 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 abschließen oh wie geil genau er ist ja richtig geil das ist guck mal wenn du auch ich kann nicht bauen ich kann nicht schießen man ich kann mich aber voll machen hier unten guck mal wenn man hier drauf geht ist richtig geil hier oben machen wir nicht 1 2 1 2 gegen 2 gegen 1 machen 1 1 1 2 gegen 1 machen 1 machen aber das ist respekt ich kann nicht schießen ich bin ich oh ja jetzt kann ich auch schießen was war da grad eben los ja ok wir machen 2 gegen welche teams schießen ich kann nicht schießen hör doch nein ich kann nicht schießen ich kann eben auch nicht deswegen springe ich ja auf den büchern drauf ich spiel ich spiel jetzt mal mit akka ich hab noch nie mit akka gespielt das ist hallo das machen wir jetzt boxfighter boxfighter so ok da ihr auf ps4 spielt solltet ihr eigentlich gut sehen die sachen übrigens die boxfighter habe ich auch mit nem kollegen selber gemacht geil ist auch der loot da gleich hallo ja ist da auch dieser fisch und dieser ich warte noch kurz ich weiß aber spielst du kommst jetzt mal rein der andere rai melos komm mal rein wer auch immer noch rai melos hallo hallo vielleicht guck mal ob der party warte mal ich wechsel kurz mein controller hä jetzt auf einmal hallo 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 ja warum ist million drinne nein ist doch jetzt egal die und hallo hallo das ist ein anderer loot ich bin schon lust digga es leckt wirklich bei mir es leckt es leckt richtig hallo ich kann nicht bauen ich muss nachladen schoss ich habe durch die wand durchgebracht so hat sie einfach weiter auf mich gehen das leckt richtig das recht ich bin so laut ja ich werde sterben du baust mich noch ein die zone macht 10er hits bist du verrückt geworden ja kann sein mann aber es liegt wirklich richtig ein boden machen weil die zone macht kranke 10er hits ok was baue ich ich habe komplett eingeschossen jetzt geht's wieder ich kann hier ich kann hier irgendwie gar nicht auf dieser map spielen ich kann hier gar nicht spielen auf dieser map ich bin 17er ping und kann irgendwie gar nicht auf dieser map spielen ich bin so laut mann ich habe das ganze ganze 34er aber ich habe das ganze ich bin irgendwie gar keinen schuss mit der pome ja ich treffe auch wirklich gar keinen schuss hä ich treffe nur mit der star irgendwie es ist auch auto aim aus normalerweise hat jeder immer auto aim an aber ich habe ausgestellt dass das auto aim automatisch aus ist also ist schwieriger zu schießen ich bin ich bin ich 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 ihr seid ihr Männer ihr lässt mich fisch gönnen ihr wolltest so das geht nicht auf so jetzt die sind fall in dieser map nein und schluss schade fall in der schätze das gibt's ja 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 ey ich bin stumm nein 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 ja 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 stirb rein stirb stirb die das das wir müssen nicht mehr keine ahnung aber hab doch ich hab den weniger bei dem die aber ich hab doch kein auto ein angehabt digga das jetzt kann ich irgendwie nehmen der automatisch an ja und ich hab ausgemacht ich kann irgendwie jetzt irgendwie besser spielen ich bin ich bin der typ dass ich nur minus könnt ja das ding ja ich editiere auf der falschen seite ist die sensi irgendwie so zu hoch auf einmal oder gott nein einig und man ist von loren gesorgt ist immer noch ein ziel und dann geht ihr mit ihrer sonst gar ich glaub mir da wird verlieren oder ne 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 oh mann kannst du mal aus wie ist es wenn du mal Auto-Aim anmachst ich will mal gucken was für ein Unterschied ist warum machst du kein Auto-Aim aber ich mag es wenn es leichter ist er muss natürlich sind fünf Spieler sein welches ist ein Spieler bist du Craft-Block Null Loll, wirklich? ich bin aber nicht so gut Kampf für meinties oh mein Gott, 3 AP danke für den Tipp Null ich will dir spitzacken du bist ein Nullspieler ich bin sie ein Fünfspieler ich bin sie ein Fünfspieler ich bin sie ein du leckst irgendwie richtig ne ich bin sie ein Zwölfspieler eigentlich ich leck dich bei mir ich leck dich bei mir ey Junge alle geht weg ich leck dich bei mir Leck raus Wach ist schon na, minus, Renute Slack krieg dir, komm auf Digga du bist voll komplett anders wo seid ihr halt so ne? Ist klar, ich bohle gerade ne Wand, die auf einmal verschwindet sind direkt. Meine L-Board ist aus, meine Hexen sind aus, ich hab verloren. Ich geb dir doch die ganze Zeit neunzehörig. Hä du, du läckst irgendwie auf einmal, ich höre nur die Hälfte von deinem Wort. Ich hab nen Trick, wie man überlebt, wie man sicher zweiter Platz wird. Wow, wächst du dich nicht? Und der Trick hat ja geklappt, ne? Ja, ich dachte Campen ist gut. Ey, könnt ihr mal bei mir nicht so ernst machen, ich bin ja nicht so gut. Ja, okay. Ah, okay, okay. Oh, die Weckse. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ich habe es einfach noch voll HP hey ich gewinne halt nur die ganzen Runden alter es macht natürlich gar keinen Spaß ich mach einfach direkt nichts mir macht das auch irgendwie keinen Spaß weil ich bin so los ich mach einfach mal ein Stück dann möchte ich dann die ganzen Sachen hatte in den Tag ey schießt mit der Papp drauf let's go boah neuer hält richtig gut wir haben einfach beide auf mich gehen hey nein er ist auf mich gegangen das so Achtung hä warum muss ich verloren jetzt hä hast du Spielwände gemacht ich habe Spielwände warum weil ich kurz was einstelle mach mal kurz dein Auto einmal an mal gucken wie es dann ist ich will gucken ob da mein Ei ähm ähm so noch immer noch so schlecht bleibt oder komm schon bitte ganz kurz nein ich mach es einfach schwieriger ja mach mal schwieriger ja mach mal schwieriger die Stimme ist voll cool findest du deine Stimme cool äh ja er ist 15 ja ich muss ähm ich muss ähm ich muss zwei Minuten ausmachen oder machst du du musst du 50 nur 6 ausmachen ich muss eigentlich schon drei ausmachen okay das ist ein bisschen dunkel ganz dunkel so oh mein Gott ich war in der Luft und du hast gemacht starten gespielt so schön ey 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 du kannst gleich mal zu hell machen hör von wo ich war das nein jetzt jetzt ist es ist eben hier stärker hä juhu das ist hier so hell die ganze Zeit ich kann überhaupt nicht gelben ich habe durch Fortband verlernt Alter ey Leute könnte bitte feiten während ich mich hier ausruhe und tot du bist eh tut genau das bin ich mein Headset ich bin hier von mir das ist wirklich ich will ich will in die Sohn wo ist die Sohn hä wo ist die Sohn AHHHHH die ist mir mit gewesen wo war die Sohn ich hab das nicht gecheckt die verschwindet immer in der Mitte ja ey ich hab mein Freund vorwärt irgendwann wohl und die Sohn ist nirgendswo das ist auch bei den anderen Spielen ab 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 am ab aus der andere ist richtig schlecht und ich bin eigentlich hier der einzigste sehr gut ist sollen wir jetzt einfach team spielen ich habe schon so lange kultus gespielt ich habe ich habe ich habe jetzt eine eigene wettel reale map angemacht eine eigene wettel reale map? hast du die gemacht? nein die ist schlecht hier sind doch nur ein paar häuser digga das ist richtig kacke ist das eine wettel reale welt? ja ok du guckst zu aber oh mein gau wenn wir das spiel anmachen machen weil ich gucke zu warte noch nicht noch nicht mal lass noch lass noch dings noch machen du wirst nicht besser wollen können du wirst auch noch schlechter wollen können digga aber weißt wo es halt richtig da müssen halt mehr Häuser sein ja ja glaub mir das ist genug die mama ähm der werk hat geklingelt ich hab die map schon mit zehn leuten spiel ihm das reicht völlig aus hä? ach so das ist so ne map hä digga hier kommt man nicht mehr zu ach so oh mein gau man hat keine waffen und hier sind Zombies die ganz normale kisten ich glaube ich kann aber man weiß da hey du kannst doch aber ähm hier doch mehr Häuser spawnen du musst ja jetzt nicht ähm unbedingt was bauen er kann jetzt schon bisschen die Häuser rein ja weil die wollen die Wände oh mein gatt fristen die Wände auf die macht das nicht? die macht das nicht? die macht das nicht? oh Leute wartet ganz kurz ich komme jetzt zugleich jetzt kann ich irgend besser spielen ich würde mich jetzt später bei mir sind richtig viele zombies und ich habe nur eine pump und zu viel und werden zombies bei mir gespawnt ich weiß ich habe noch nie gerettet die welt gespielt also ich habe keine ahnung davon wir spielen auch kann rettet die welt das ist gar nicht die welt aber schon das gibt es so brettet die welt und ich war auch und es gab es das gab noch mal einen echten bell royal lieben sieben sieben gab es auch ja ja wie krank ist das müssen wir uns auch können ich habe einfach nur 30 mit schnellen erzielen so sind die die stadt ich habe keine eier ich muss mich nur nein 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 oh mein gott oh mein gott bitte lass mich nur warum habe ich eine treppe eigentlich gebaut nicht in die andere Richtung ich kann die Tür nicht öffnen natürlich soll ich sagen was ich gleich mache hier geht genau in die Richtung wo es kommt ich weiß es war nur 13 AP bitte lass mich in Ruhe du wirst es sowieso in der Zone verwecken nicht unbedingt wenn die Tone an mir verwecken und zack ich wollte mich gerade selber mit der Zervierkirchen warum hast du dich einfach selber genommen das ist doch irgendwie mehr Bock das stimmt wirklich aber die Zombies hier haben die Zombies Looch nein ich will nach oben kommen Mist haben die guten Mut ich stelle mir jetzt einfach vor ich bin einer ganz normalen Belle Royale Romme ich auch dann ist es einfacher ich habe ein Biggie und übrigens sind auch ganz normale Battle Royale Küsten ja ich weiß es gibt auch ähm mythische Küsten einfach du weißt was Bücherkisten sind oder weißt du was nicht mitte gemütliche Kisten spawnen durch Zufall ok 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 das ist immer so hat die frage ich habe es noch zwei normale kisten diesen kisten so selten in dieser mit irgendwie nein doch selten als normalen einfach nicht hin mein gott man muss so lust ein salvesten sturmgewehr und eine pistole schon verbände ein wiegen 200 schild crash block hallo kraft block kraft block ich wusste es verlassen oder wollen wir mit machen meine map rein das ist die ja das ist sie aber halt warte mal meine insel ich muss das kurz einstehende ich habe es nicht zu enden zu dunkel gemacht weil ich mein freund was gab es für automaten ja klar was könnte wie konnte man das hauschen keine ahnung was er nicht so hallo ryan party shit Das ist eine pathische Trankung. 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 Jeder baut sich einmal ein und dann geht es los, okay? Ja. 3, 2, 1, go. Aber mach nicht so ernst, okay? Ja, egal. Ich mach nicht so ernst, du baust doch eh mit Metall. Ich bin ekelhaft. Ey, ich hab 35 HP. Ey, versuch mich mal zu spitz haben, okay? Ich mach gar nicht ernst, Leute. Uff. Ey, Fischi sind lecker. Weißt du noch, Fischi, Fischi? Mhm. Fischi auch nie. No. Oh mein Gott. Oh, ich hatte so wenig HP. Ey, ich hatte auch wenig. Du, ich, du, lasers. Hä? Ich muss wieder in die Map reinkommen. Hä? Warum? Ist so. So, ich bin drin, ne? Fischi, Fischi? 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 Ähm. Hallo? Hör, rein. Hör auf. Ja, okay. Komm. Ey, hör auf mich zu hinten. Es muss versehen. Lass uns hier einfach fighten, okay? Du kannst auch fighten machen. Nein, das ist unfair. Hallo, lass doch. Warte, gib mir mal noch einen Hit. Gib mir noch einen Hit. Digga, warum? Gib doch keinen Hedgehot, Digga, dass ich sterbe. Ich wollte extra wenig HP haben. Okay, dann mach ich das gleich. Ich dachte, du warst Hedgehot. Ey, ich geb dir jetzt mal Hedgehot, da hast du richtig wenig HP. Ja. Ich hab, nein, 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 ich hab schon 50 HP. Okay. So. Und ich bin ohne Heal. Ja, okay. Hey, dann könntest du dich da die, das wäre ja komplett dann verfehlt, weil dann könntest du dich direkt hochheilen. Rian, guck mal. Du brauchst mit Holz? Ja. Ja. Ich mach mich ernst, ne? Ich weiß. Ey, bitte nicht. Du konntest halt nur fallen auf Metall platzieren. Nein. Wirklich? Ich kann das machen, aber... Oh mein Gott, sprich los. Oh mein Gott, sprich los. Nein. Ja, weil ich feiere das richtig mit den Fallen. Guck mal rein. Ich muss nachladen. Nein, ich wollte grad mehr Falle hinplaysen. Und? Was? Aber das war halt wirklich nicht ernst gespielt von mir, ne? Ich weiß. Lass mal gleich, lass mal ne Map bauen, wo wir ne Base bauen und eine gegnerische Base. Was? Ja, ja. Okay, lass dann. Bist du das? Oh mein Gott. Jaaa. 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 Du warst halt auch nicht low, ne? Ach, das war ein Ghost-Hits. Das war ein Ghost-Hits. Das war ein Ghost-Hits. Habt du das gesehen? Nope. wo ist die ak hier gibt es keine ak doch ich habe eine ak hier gibt es keine das ist keine ak aber auch egal doch das hier ist ein sturmgewehr da wäre ja auch das gar auch ein ak ich bin nicht mehr mit dir wie ich jetzt spiele eigentlich ist echt mein gott in meinem leben wenn diese weg sind dann sterbe ich warte mal was geht das nicht unterschießen wir machen ohne dann war ich mich jetzt mal hoch schreibt man wenn ihr dieses video sieht schreibt man dann bitte in die komis ob ich mal wieder einmal ein so ein video mache also so ein livestream wo ich baue da mit dieser musik ihr könnt ja auch in die komis schreiben was für eine musik schreibt sich drauf gekommen wir sporen mal kurz wie sporen mal kurz wie du musst mich können er nimmt die auf einstelle rg auf option und dann und jetzt geht wieder da bei dem rift rein was war das wort das mal hier fahrraden nein ich habe die weg gemacht guck doch selber ich habe die weg gemacht wie machst du das verraten die seine tricks ich komme nicht mehr in deine base rein aber auch egal das gleich ein base battle machen jeder baut sich eine base ok du wirst das hier nicht überleben doch wenn du einmal stirbst du willst du sports und das ist bei uns alles gut hat zum blick ja ja ich komme ähnlich in einer base rein weiß was mache das ist ein befehl hier passiert doch eh nix bei deinen fallen kaufen so kaufen ja ich dachte es passiert eh nix oh mein gott da wirst du war zu dumm ich bin nicht mehr mit dir warum das war nicht ich bin zurück zum zentrum ich habe mich mal bauen nee lass du oder nein okay lass mir lass mir mit bauen wo nee lass irgendwie ich habe bock jetzt mit traps und mit waffen zu spielen weil das hat gerade eben so viel bock gemacht ja okay lass was mit demilian eigentlich ich habe hast du bock auf mörder mit demilian hallo 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 Oh? Warte mal, ich guck mal abdeh! Hm? Ich glaube das ist aufwärts mal. Ja klar ist... Das Ding ist... Er ist auf. Ich komme gleich, Mama. Ich komme gleich, Mama. Hi Leute, ich bin da. Digga. Ich glaube, Leute... Leute, ich mache mal Custom-Games. So. Ich gucke mal hier auf YouTube Custom-Games. Custom. Ich gucke mal bei Tyler. Custom-Games. Custom-Games. Das ist live-deutsch. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Okay, danke. Okay. 2266. 2266. 2266. Ich gucke mal. Ich gucke mal. Das ist mein Crater-Code. Ich kann sie, wenn ihr drin habt. Deswegen mach dann auch noch mal rein. Ganz easy. Und alle bitte in F in den Chat. Alle bitte in F. Wir starten. Wir starten gleich die Runde. Ganz easy. Ich würde sagen, schaffen wir noch ein einzigen Like. Und ein einziges Abo. Ich würde dann direkt starten. Weil es fehlt noch ein Abo. Dann hätten wir die 18,9 K. Und ein Like. Dann hätten wir auf Ehre die 603. Deswegen ein Like. Ein Abo ist der Start. Ihr wisst Bescheid. Gibt es ein. Irgendwann, der noch abonnieren würde. Und liken würde. Ich würde dann direkt starten. Und spam schon mal in F. Wenn genug Leute jetzt in F. beim Starten wir die Runde. Leitere ich. So Jungs. Daniel, danke für dein Abo. Okay Jungs. Wie." Kalau Likou du bist RETalk so hart laut Biger. Einstellungen … Kann man sich sicherlich bisschen leichter stellen. Thema steht nur mal was machen wir machen. Skincont próxima fünf CV und Preis Net laiitert wir alle gehen auf den Staudamm Wie nürf denn nirgends woanders gehen wie bekommt man 30 euro falle du musst nur eine runde gewinnen der größe 15 euro pcm oder psk muss auch bei lukas wir sehen uns also alle bitte auf den staudamm gehen wer zu den häusern geht wird leider umgebracht also alle bitte auf den staudamm und keine waffen aufnehmen ganz alle bitte auf den staudamm und keine waffen aufnehmen wenn der waffe aufnehmen ich hab dich ich hab dich als freundin ich ja ich hab dich als freundin das ist richtig ich will nicht weiter lass danach durchspielen ok ja digga ich hab ich bin gerade in den stream reingegangen muss man muss man ein dings machen muss mit einem bestimmten skin nehmen oder ich weiß aber muss man ein nein ich hab ihn wirklich als freund skin contest ja aber äh ich werde nicht verarscht euch aber ich hab ja vielleicht nicht verarscht also gewinnen sowieso nicht ja ja ich weiß das ist eh weg und das mit dem abo ein abo und noch ein like das sagt auch extra viel ja 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 was ist es für ein zufall ich mach grad selber bruder wie viel landen hier ach du scheiße äh wie du deine hunde auch für den kreis was dann ja auf jeden fall du gewinnst hundert prozent weil bonderskin oh mein gott hat deine skin kommt glaube ich gesehen ich weiß irgendwie nicht ob die ob die gut ist ja was soll ich als die mode machen und ich mach mal machen erst mal und zeigen ja 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 Hilfe Hilfe Ojinoda Ojinoda Ich brauch Hilfe Degger Häh? Häh? Eirnmann Nein, ey! Noin, du ruhig! Nein! Woher?! Das sind Streamsniper! Das sind Streamsniper, ne? Eri ... Ich weiß nicht, ich konnte mal gut runter. DIGGA, DER IST Streamsniper! Eri, wenn ich in die Reiche mit dir nicht umgebrachte, wie immer! Ey, komm, mal bitte runter, komm, mal bitte runter! Alle in die Reihe. Nein, du scheiß, schade, ey! Oh mein Gott, das sind noch, fein ich mal. Das sind die Wärter, Bruder. Die Mammut-Skins, pass auf, die Mammut-Skins sind die Wärter, ne? Als ob ich dich einfach als Freund hab, Ujin, oder? Ja. Hä? Das ist zum ersten Mal passiert. Digga, da, da ist einer. Äh, Mist, da, der links neben dir hat mich runtergeschmissen. Äh, nein! Äh, der links neben dir hat mich runtergeschmissen, ne? Pass auf, Digga. Könnt ihr mich heilen? Digga, was schon geschwimst, Alter? Und? Könnt ihr mich heilen? Ey, der links neben dir, äh, hab'n Schlüssel. Wow. Wieso gewinn ich... Wann killt der mich? Oh, Jin, oder? Ey, der killt einfach an, ne? Oh, oh, oh. Hälf mir, Danny! Danny, helf mir! Digga, nein! Danny, helf mir! Schnell, helf mir! Helf mir, helf mir! Mann, da kann ich nicht! Hallo! Egal! Schnell, 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 schnell! Schmeiß mal die Leute runter, nicht hier, genug! Ist jetzt besser, Mann! Sag mal, wenn's besser ist! Ist jetzt besser, Mann! Hälf mir! Digga, das ist so behindert, Alter! Das ist direkt liefen, Alter! Das macht keinen Bock! Ey, kill einfach alle! Stream, snipe! Stream, snipe alle! Nein, Digga! Lass, lass mich, hol mich, bitte! Hol mich hoch, Alter! Lass einfach, scheiße aufs Dings! Hol mich einfach, komm, bitte! Wie soll ich dich holen? Hau einfach ab! Hau einfach ab, Alter! Digga, nein! Warte, warte! Wir stream-sneiten die! Lass die alle töten, okay? Hol mich hoch und wir töten alle! Digga, nein! Ich will nicht gebannt werden! Was machst du denn jetzt? Das ist ja gamma, jetzt! Du hast ja gamma, is dir weg! David, was machst du denn jetzt? Jeder hat jemand noch! Dingssturm, alle wieder nehmt! Dingssturm, alle wieder nehmt! Zingssturm, alle wieder nehmt! Dingssturm, alle bleiben da ihre Reine! G�, Nilssturm, alle, Whenever! Dating, was machten wir, ja, nicht sehen? rein ok warte ich tritt ich tritt dir bei ich bin mir beigetreten ok bei du es ging kommt es schimpfen bei kleinen youtuber mit so zehn leuten das machen es ging kommt es noch nicht also immer schnell sein erst mal immer wenn was geht 20.000 abos machen wir das jetzt normal nein nein ich würde sagen ich habe keinen liga hast du ok warte ich habe nur eben kurz ne frage kann ich euch in einer party einladen und ihr sagt mir wie der nächste wie der nächste code heißt na der skinbo ich bin ehrlich ja ja ganz anderer wisst ihr wie ich meine also ist halt nicht derselbe skin und ich hätte mich vergessen also verlass versteckt sich dann die ganze zeit so traurig und alle mit dem ist ein stück verlässt du kannst du mein handy bringen soll ich komplex genehm was aber guck mal ich will ja und guck mal das gehen passt ja alles und so aber digga das passt an das nummer warte hier ist es gut ja ok kommt bei der party ich lade mich ein leckte das fast unnormal leute ich kann ja warte mal ja da und ich nur da Okay, halt. Habt ihr einen? Ich finde, die Kombi, die Ojinoda, die passt gar nicht. Ich schätze. Oh, keine Ahnung. Ja, mach. Warte, ich hab hier jetzt noch Spray. So, nee, warte, ich mach hier. Blaus, Herz, Blau. Da. Warte mal. Hier dann noch, ähm, hier. Boah, was passt. Freu dich. Hast du einen Code, Emojinoda? Hä, wenn wir Duo-Skin-Contest haben, dann müssen wir beide so einen gleichen Skin oder so, so ein Feuer-Skin nehmen. Ojinoda, hallo? Ojinoda? 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 Ja, ist das mein Freund? Nö. So. Wirklich? Aber ich hab halt keinen, ähm, Dings, Dings was da passt. spray und dings das passen für mehr was ich will nicht ich will nicht kennen ich guck mal der eine kann aussteigen jaja der eine soll auch aussteigen aussteigen oder wollen wir solo squat aber ich habe kein squat gefunden macht dann oh mein gott davon wird schon einer gekillt es ist echt spannend ich hoffe damit kann ich punkten oh mein gott ist doch langweilig das gleiche zu machen leute ich bin streng ich weiß ja ja ich habe auf öffentlich gemacht und ich werde einfach mal schauen wie weit wir kommen er weiß nicht wer wir sind meine freunde und ich glaube es wird einfach nur ultimativ lustig weil er wird bestimmt vermutungen machen wer ich bin er macht das glaube ich auch noch gerade auf undercover und ja wir versuchen das ganze ding natürlich zu gewinnen lasst ein like und ein abo da leute und dann würde ich sagen viel spaß mit dem video so leute wir haben unsere skin kombination gefunden standard skill ist gerade am livestream wir machen ein skin contest wir werden uns da jetzt reinschmuggeln leute und ich hoffe das ist wirklich eine coole kombination ich zeige euch das ganze mal was wir auch mit 255 den lila blauen dino blaue flügel dazu diese lila blaue hacke gleiter ist egal den sieht man eh nicht obwohl wisst ihr was den ender ich auch noch schnell falls man den irgendwie sehen sollte muss das natürlich auch noch irgendwas passendes sein ja nimm einfach die qualle rein dann habe ich hier als spray diese lamas die natürlich auch wieder farblich dazu passen um so ein bisschen eine geschichte zu erzählen heulich hier quasi mit den lamas den mond an meine freunde dann hier dieser sticker dazu auch farblich baba hier das lama reiten im mode auch farblich krass natürlich darf der t-rex erode nicht fehlen bei einem dino und ja auch noch das lama ist im mode leute hier natürlich auch noch passende waffen das ist unsere ausstattung ja ok alle fußballscans wird nicht erfahren wir sind bis zum ende bis er uns killt soll ich die frau nehmen in der runde drin es ist so ungewohnt selbst mal bei einem skin contest mitzumachen sonst so dass ich der auswärter der richter quasi immer bin bei meinen skin contest Leute wenn ich das ganze streame jetzt mach ich einfach mal selbst warte ich mach blau ich mach blau es wird lustig es wird verdammt lustig ich hab echt angst dass ich nicht reinkomme ich hab echt angst dass er mich am anfang direkt weg geht weil ich hab eine coole story mir überlegt ich hab cool im maus raus und tut alles gut ich hab einfach so ein bisschen schiss dass er mich irgendwie weg geht wir stehen in der schlage so Leute wir machen hier heute den sim contest wie wir dabei ist iKRIMICHT ein testy das ist so ne kleine besonderheit Ehrenmann danke der da hinten baut ok Leute ich werd mich jetzt mal welchen tanz den da ich hab echt Schiss wir stehen jetzt hier in der Reihe an Stani es geht jetzt los es geht jetzt los es geht jetzt los holy moly wir werden erstmal reinlaufen ich weh aber nicht kill ne oh my god da vorne wird schon einer gekillt es ist echt spannung alter es ist echt wir können gebannt werden ok wir hören mal kurz was Stani sagt seh ich nicht oft digga deswegen bist du weiter gg das ist jetzt nothing special aber ist ok alter seh ich auch ultra selten geiler skin oder du es auch weiter weil du mir start ich backblinge fällt mir nicht so gut muss ich ehrlich zugeben oh Leute 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 er sagt oft er sagt oft den skin sieht er nicht oft deswegen ist man weiter also ich hab echt gute Hoffnung wer wer läuft mit diesem lilan dino rum sieht man eigentlich nie den skin ey das wäre zu krass wenn ich gewinne ich höre es dir ich hab Angst digga ich hab Angst rein zu gehen in diese Tür oh my god ok ok let's go Leute ich bin streng ich muss streng sein wir sind echt viele Leute hier deswegen noch einer trägt die nochmal weg und ich kill die so weiter oh shit oh shit ok gleich sind wir dran ok ok jetzt sind wir jetzt sind wir ich 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 oh bist du mal schadig bist du mal schadig gefällt mir gut den skin sieht man sehr selten auch die Fick-Ecks die sieht man zwar ein bisschen öfter aber gefällt mir in kombination mit dem skin wo landet der ja oh my god wir sind weiter wo landet der denn so wo landet der denn ja ja ich folge mal ich folge den mal ich folge den mal ja 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 egal als ob wir in einer richtigen Runde sind ja ja aber ähm ich hab ein zippel zippel ich bin tot ja 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 Fadi? Leute, ich mach grad ein Experiment. Alle die Einzelkinder sind... Ja! ...folgen mir und alle die Geschwister... Digga, nein, oder? Thema ist hässlich. Leute, ich mach grad ein Experiment. Alle die Einzelkinder sind... ...folgen mir und alle die Geschwister haben, die liken dieses Video. No, oder? Warte, ich mach... Findet ihr den hässlich? Warte. Findet ihr den Fisch hässlich? Findet ihr den hässlich? Ist der da hässlich, der Skin? Ja, dann wäre das da eigentlich eine hässliche... Wo ist die denn? Hier, die ist hässlich. Die ist doch gut, oder? Mein Bruder kann einfach durch die Wand schießen. Guck mal. Habt ihr die gesehen? Diese Leute, die so kommen. Wallah. Schickt mir eure Adresse, ich komm... Der ist doch nicht schön. Guck mal, der hat ja fast den Glatze, Alter. Ja, ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Muss alles hässlich sein? Hä? Fuck. Fuck. Cool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir müssen denn noch die Story machen, Mist. Ich hab nix, Digga. Nee, ich hab nix. Digga, Spray's. Ich hab nix auch. Ich hab nix auch. Ich guck grad nur mein E-Malt. Oha, Digga. Ich hab ne richtig geile Relief-Story. Ich hab nix auch. Ich hab nix auch. Ich hab nix auch. Und dann hier noch, ähm, Dings brauch ich. Ja, aber guck mal, Digga, was so ein E-Malt ist eigentlich winterlich. Bei Weihnachten spielt man noch Saxophon. Sag, hast du Lust, einfach Runden zu drehen? Gibt's meine Prinzessin? Und deine Prinzessin? Sag, hast du Lust, einfach Runden zu drehen? Mix so. Merk laut. Hast du Lust, einfach mal kennst? Ich hab nix auch. Das Runden zu drehen. Ich hab nix auch. 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 Mix so. Meng laut. Auf nix auch. Ist der Gäste schmütendet? Vielleicht rüstet er auf uns. Schau jetzt, wenn ich den hüte, Alter. Stimmt! Ich hab den auch. Ja. Wo ist der im Maut? Ja, wunderschön Kerze. Es ist die Ecken des Renegades. Vielleicht rüstet er auf uns. Hey Leute, guck mal. Mein Freund wollte Revanche sagen und er hat was anderes gesagt. Ich sag euch das jetzt. Revanche? Das hat er gerade gesagt. Ey Leute, guck mal. Mein Freund wollte Revanche sagen und er hat was anderes gesagt. Ich sag euch das jetzt. Ist es rein? Nach 3. Ja, ich sag euch das jetzt. sag mir nicht, dass du mich nicht mehr brauchst, baby, ich kauf dein das ist jetzt wirklich so 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 Die Tür ist auf, Kinder. Hier ist die Polizei. Legt mal die Waffe bitte auf den Boden. Pass auf, pass auf. Lukas! Hallo Lukas! Lukas! Mach die mal so nach unten. Einmal kurz, kannst du die Waffe kurz weglegen? Ich geb dir auch was dafür schon. Das ist ein Problemballerung. Die Waffe runter, genau. Ich geb dir die Handschellen. Das ist toll, du kriegst die Handschellen dafür. Ja. Die kannst du einmal haben. Mach mal die Tür auf, Kinder. Guck mal, was ich da gefunden habe. Ich weiß nicht, wie man es sehen kann. Ein iPhone im Wasser. Das tut sie mir war. Das ist jemand, das ist jemand, das ist jemand. Mein Kück war. Ich bin da drin. Ich bin da drin. Aber ich find's auch mega fresh. Du willst einfach nur, dass die Leute mir entfolgen. Warte kurz. Gastan, gib dir doch ein bisschen mehr. Bitte Bro, das sieht voll hässlich aus, wie ich aussehe. Digga, das stimmt doch gar nicht. Der ist dort jetzt 10 Jahre. Er hat gesagt, auf meinen Nacken Döner kaufen, aber er hatte sein Geld zuhause vergessen. Diese kleine Bastard, jetzt hab ich Hunger. Ja. Ich kann auch so rappen, bei deinem Gesicht denke ich immer an Rotkäppchen. Großmutter, warum machst du solche Ohren? Ich wurde halt als Hurensohn geboren. Yo notice, ich kann auch so rappen, bei... ... ... ... Stimmt! Scheiße! Was geht, Digga? Was geht? Was geht? Was geht? Wann ist das? Was geht? Doch! Weiß ich nicht! Lass mal kurz einfach den anderen folgen! Die springen einfach alle raus! Warum weißt du das? Ja, meine Mutter ruft an! Sag ruhig, okay? Ja, okay, ich sag das! Hallo, gut, gut! Ich bin draußen! Tschüss, komm! Warte mal! Warte mal! Tschüss! Tschüss! Schau! Tschüss! 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 Schau! Ich bin kurz da. Ich brauch Netz, Digga, ich brauch Netz. Ciao. Der hat uns an das Hubs genommen, Digga. Mann! Ja! Es ist dieser... Mann! Kerle! Komm mal zu mir, bitte! Digga, das macht gar keinen Bock. Ja! Digga. Ja. Ja. Greif mich mal hier, bitte. Geh, es holt sie! Du... Wie heißt der überhaupt? Der... Wie heißt der? Wie heißt der? Wie heißt der? Auf YouTube? Digga, was für ein Ehrenloser. Digga! Was für ein Ehrenloser. Weiß ich mal, da? Genau? Wie heißt der? Die Knie! Wie heißt der? Wie heißt der? Das ist ganz weiß. Auch hier ist mein Besuch. Wie heißt der? Wie heißt der, die Knie! Kann ich bitte aufs Klo? In English, please. Can I go to the toilet, please? Sehe ich etwa ein Kaugummi? Hallo, geht mal alle nach Hause jetzt, reicht. Mitspielen, ab nach Hause. Hallo, geht mal alle nach Hause jetzt, reicht. Mitspielen, ab nach Hause. Oh, ich kenne das nicht so. Das ist der, gell? Ey, Leute, wir haben Schule frei. Mein Bruder schläft einfach am Balkon und guckt mal die Location an. Der schläft einfach am Balkon. Zer dumm. Ey. Leute, komm, wir gehen jetzt zu hoch, ne? Warte, ich kann nicht was hoch. So, hier muss ich so ran. Und jetzt springe ich. Warte, warte. Leute, guck, wir gehen jetzt zu. Ey, was muss man haben für ein Skin? Ich springe hier so. Oh, hier, ab nach Hause. So, hier muss ich so ran. Und jetzt springe ich. Warte, warte. Leute, guck, wir gehen jetzt zu hoch, ne? Warte. Ich springe hier so. Oh, ich warte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020